Musik Darf ich ein bisschen Tee? Ja, gebe ich dir mal ein bisschen Warte. Du, in vier Tagen ist Weihnachten und er hat die Aufgabe einzupacken. Okay, haben wir genug Papier? Ja, da unten schauen wir uns. Schere, schauen wir. Für dich. Klebe, klebe, klebe. Ja, so. Okay. Die Herausforderung beim Geschenkpacken ist natürlich, dass man nicht zu viel Papier braucht, weil er hier effizient ist. Vielleicht sollte ich da keinen ästhetischen Anspruch haben. Gut, das könnte dann auch ein Tennis-Schläger sein. Ein Tennis-Schläger. Genau, das ist eine E-Gitarre. Das ist natürlich. Ja. Aha, okay. Äh, ich weiss doch auch nicht. Ich frage, Sibyl, was hättest du gerne? Weil dann bin ich sicher, das sind die richtigen Geschenke, oder? Es ist extrem unromantisch, oder? Wenn man drei Tage vor Weihnachten gefragt wird, was wünschst du dir? Fehlt doch nichts mehr. Wir haben doch alles. Alles. Kannst du auch reden und einpacken gleichzeitig? Wie geht das? Darf ich dir irgendwie helfen? Ja, jetzt zum Schluss musst du auch nicht kommen. Nicht schön, aber verpackt. Mit Liebe. Ja, vor allem nicht mehr erkennbar. Ja. Das ist schon mal was, oder? Wir wünschen dir eine ganz schöne Weihnachten. Gemütliche Feiertage. Sich so richtig gut gehen lassen. Sich nicht ärgern, sondern nur freuen. Schöne Weihnachten. Schöne Weihnachten. Jaw** Vielen Dank.